Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Stream Part von Minecraft Ultra Hardcore. Ach ja, unsere Bären, ich erinnere mich. Und damit meine ich nicht die Bären hier, sondern die Bären da. Wir haben jetzt eine ganze Weile, also ich habe eine ganze Weile nicht mehr gespielt. Für mich sind jetzt ungefähr 10 Tage vergangen. Das heißt, das erste, was ich machen werde, ist ein kurzes A, warten, bis es geladen hat. Sehr schön, weil es uns hart leckt. Wir haben immerhin geschafft, eine Iron Chestplate zu bekommen. Wir sind vier Golden Apples über null. Und haben eine Seekuh, ich erinnere mich, die vielleicht nochmal einen Seestier als Partner mit dazu braucht. Und eine wunderbare Hühnerfarm, die sowas von genial funktioniert. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also ein Seehühnchen ist noch mit dabei. Das heißt, sie sind grundsätzlich schon mal, äh, du kommst nicht raus, dankeschön. Ähm, äußerst gut ausgerüstet, um erstmal nicht absolut scheiße zu sein. Ja, meine Damen und Herren, diese Ultra Hardcore Season könnte auch ein bisschen länger dauern als die letzte, die sehr hart erschossen wurde. Wir haben sogar ein Feld. Was fällt mir denn da ein? Außer schlechte Flachwitze. Gar nichts, würde ich mal sagen. Ähm, und wir haben Fische. Das ist auch ziemlich nice. So, was wir heute machen werden. Äh, oder wo ist mein Kopf? Hatte ich nicht irgendwo... Ich renne schon wieder kopflos durch die Gegend. Schön, dass auch mein Commentary das sagt. Ähm, wir haben heute einen ganz großen Plan. Ich habe zumindest den Titel des Streams geschrieben. Äh, heute können wir uns auch mal ein bisschen was trauen. Ob ich das tatsächlich machen werde, ist eine andere Sache. Vor allen Dingen, wenn ein Stream so heißt, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir Hardcore sterben werden. Äh, was heißt, was der Plan heute ist, ist, ähm, auch einmal Monster zu jagen. Wir haben, glaube ich, bis auf einen Bogen, alles, was wir dafür brauchen. Aber Bogen bekommen wir nur, wenn da Monster jagen. Also, naja, äh, müssen wir das mal noch mitmachen. Und ich habe mich daran erinnert, dass ich beim letzten Mal gesagt habe, wir müssen unbedingt da hinten noch mit hingucken. Und dann da hinten, ich hingeguckt habe. Ähm, da war nämlich noch so eine coole Festung, wo höchstwahrscheinlich mich gleich wieder so... Also, Festung ist übertrieben. Ähm, ein kleines Steintürmchen, wo mich höchstwahrscheinlich gleich wieder so ein paar Ertrunkene angreifen werden. Ähm, hier ist doch irgendwo immer eine Truhe, oder? Neben Ertrunkene, die einen umbringen möchten. Ist das nicht? Nein? Heute, heute ohne Truhe? Heute mal kein Loot für mich? Warte, kein Damage bekommen? Schon gar... Äh, jetzt schwimmen! Schon gar nicht vor dem Ertrinken. Okay. Ist immer der schlimmste, zu zu sterben. Jetzt, der schlimmste Tod zu sterben. Das ist schon mal sehr schade. Ich hatte sehr gehofft, dass da irgendwas Cooles unten ist. Und nicht einfach gar nichts. Ich möchte auch noch was übersehen. Das kann sehr gut sein. Dafür bin ich auch so ein bisschen bekannt. Ähm, das heißt, wir werden heute die große, schwierige Aufgabe haben, mein Startgebiet nicht wieder zu verlieren. Was auch viel zu häufig passiert ist, im Grunde. Und, äh, mich jetzt nicht auch unbedingt eine Season gekostet hat. Ähm, wo ich sogar zweimal das Startgebiet nicht wieder gefunden habe. Wir bleiben bei der Aussage, das ist schon mal wichtig. Warte, warte, warte. Das wäre irgendwie 1,5 und 200. Genau. Ähm, sehr mal. Das habe ich mir sogar über 10 Tage hinweg gemerkt. Ich bin ab und zu noch gar nicht mal so dämlich, wie ich immer gedacht habe. Gut. Ähm, nichtsdestotrotz möchte ich ganz gerne heute ein bisschen Monster boxen. Dass wir a. nicht ganz weit weg kommen von unserer Farm, damit die weiter wachsen kann. b. Wir uns endlich den ersten Hund angeln können. Oder erfreunden können. Meine geilen, harten Knochen zuwerfen können. Was man halt so macht mit Hunden. Ähm, und dann werden wir hoffentlich ganz, ganz viel davon kriegen. Man kann die leider nicht züchten. Aber mein Plan ist immer noch so ein bisschen einfach, 10 von 10 feige zu sein. Und, äh, mit einer riesengroßen Armee von jeglichem möglichen Tier irgendwie zum Enderdrachen zu kommen. Ähm, nicht weil es unbedingt schnell gehen soll, sondern aus dem einfachen Grund, naja, wenn die das machen, bin ich nicht in Gefahr. Was meiner Meinung nach ein guter Plan ist. Ähm, wir sollten nicht durch den Schnee gehen. Da ist Putterschnee mit dabei und wir haben momentan keine... Doch, wir haben Leerstiefe mit dabei. Okay, das ist auch schon mal gut zu wissen. Kann ich die eigentlich, wenn die in der Schnelleiste sind, ohne die Taste anziehen? Ich glaube nicht. Das wäre, denke ich, auch zu einfach. Okay, wir sollten erstmal um die Schneegebiete so halbwegs ringsrum rennen. Ähm, eine Höhle wäre jetzt nice. Also eine Höhle, die ich noch nicht komplett erleuchtet habe. Was tatsächlich das schwierigere Ding wird. Ähm, wir könnten direkt versuchen, ein paar Samen mitzunehmen. Und Melonen. Das ist wichtig. Ähm, oh fuck, ich wollte doch die alten Aufnahmen durchschauen, um zu schauen, wo mein altes Haus war. Weil da hatten wir doch Melonen, ne? Schon hatten wir Melonen gefunden aus 10 von 10 Luckiness. Ähm, und haben es damit auch geschafft. Also hätten damit schon mal was für Tränke. Wir haben momentan glitzernde Melonen. Das ist schon mal ein guter Anfang. Äh, wenn man es so sagen möchte. Aber, na gut, wir brauchen die eh als für Tränke. Das heißt, eigentlich ist das große Ziel, in den Nether zu gehen. Das könnte ich theoretisch schon, wenn ich einen Bogen hätte. Äh, dann wären die Hunde auch relativ egal. Das müssen auch nochmal ab und zu ein paar Skelette. Das könnte man machen. Ich hab ein Schild. Ich hab... Eine Dia-Rüstung wäre noch ganz geil. Ist okay, wir brauchen eh ein paar Gegner. Wobei, warte, 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 wie wurde gesagt, dass Regen tatsächlich die Spawnrate nicht verändert. Aber meine Framerate verändert es hart. Ja, das ist auch nicht geil. Ähm, okay, das heißt, wir gönnen uns direkt einmal Schild hoch. Wir brauchen hier kein unnötigen Damage. Und da sehe ich doch schon das scheiß Skelett. Ist das ein Skelett? Das ist definitiv ein Skelett. Schau uns das doch mal an, wie böse es mich anschaut. Aus drei Kilometer Entfernung, während es in die falsche Richtung guckt. Das muss ein Skelett sein. Guck mal, da läuft es noch weg. Damit es denkt, oh, 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 der Typ sieht mich nicht. So, warte, das... Aber Skeletz sind böse. Die locken mich da doch bestimmt... Ach, und der kann nicht treffen, ne? Das ist der Fall gerade. Zehn Kilometer in die andere Richtung geflogen. Sehr nice. Die Skeletz, die mich umbringen, sind immer voll mies und mit A-Mack. Aber der da... Hat nicht mein Gehirn in seinem Schädel drin. Motherfucker. So, okay. Das war doch erstaunlich easy dafür, dass es unser erster Gegner war. Wir haben kaum noch Fackeln, aber wir haben ja gerade ein bisschen Kohle aufgesammelt. Wir können die da nachher aufsammeln und fackeln, wie wir gesagt haben, immer rechts. Warum ist hier eigentlich ein bisschen Wasser drin? Damit das Skelett auch was trinken. Da ist, glaube ich, irgendwo Krabbeln, der runterfällt. Das war doch dieses Leuchten, wurde mir gesagt. Wow. Also die Höhlen, die ich hier bekomme, sind aber auch 10 von 10 Garbage. Gut, ich habe effektiv dieses Skelett einfach nur aus deiner Heimat rausgelockt. So, und gesagt, diese Heimat, die boxt sich jetzt um, because fuck you, that's fucking why. Naja, äh, passiert halt, würde ich mal sagen. Okay, gut. Das heißt, wir können erst mal völlig entspannt hier ein bisschen weiter Kohle abbauen. Das ist gut, wir brauchen eh ein bisschen mehr Kohle. Ähm, oh, wir haben übrigens neue Dinge, die in meinem Leben passiert. Sind sie nicht ganz neu. Es geht wieder um Arbeit. Oh, es geht nicht nur um Arbeit. Es geht um Physik. Und was ich voll cool finde, ähm, was ich inzwischen gemerkt habe, ist, dass so ziemlich, ich will nicht sagen, jede Person, aber fast jede Person innerlich so einen kleinen Funken hat, so ein kleines bisschen an sich, wo sie denkt, boah, eigentlich ist Physik doch schon ganz cool. Der ist meistens unter riesigen Bergen von, äh, ich will nicht lernen, und äh, Mathe ist kacke verdeckt. Aber, ich meine, es ist halt die Welt, in der man lebt, und wie Eren Jäger schon sagte, das ist ein guter Grund, um, äh, alles über diese Welt herauszufinden und sie ein bisschen, äh, da rein zu gehen. Und reingehen heißt ja auch irgendwo verstehen. Jetzt keinen Witz über Sex machen, auch wenn das ziemlich gut passen würde. Damals hieß es doch auch irgendwie in Lyrik, äh, sie haben sich verstanden oder so ähnliches. Äh, Kinder-TV-Show ist auch immer. Okay, ich weiß nicht, ob hier im Regen irgendwas spawnt, wir sollten also ein bisschen vorsichtig sein, sagte er und hatte Dreck vorm Gesicht. Ähm, sieht schon mal, oh, haben wir eigentlich einen Knochen bekommen? Natürlich nicht! Das wäre ja auch noch sinnvoll gewesen und genau das, was ich gebraucht hätte. Wir können auch ein paar Bäume fällen, by the way. Oh, da ist eine große dunkle Höhle. Ah, das sieht auch schon mal sehr sinnvoll aus. Genau, und wie ich darauf komme, ich habe, ähm, mit, äh, der Freundin, von einer Freundin geredet, und, äh, die hat so aus dem Nichts einfach irgendwann gefragt, da ist doch jetzt schon das Skelett, was ich sehe, da komme ich richtig scheiße ran, die Höhle ignorieren wir. Ähm, außerdem ist gesagt, weißt du was, du bist doch Physiker und ich habe da so ein paar Fragen und da haben wir uns gefühlt eine Stunde über Physik unterhalten, einfach nur beginnend davon. Ähm, und da kam ich doch gar nicht zur Alltagsphysik, natürlich 10 von 10 doch mal genialer ist. Also, über das Universum sich zu unterhalten ist ja auch immer schon absolut super, aber es ist halt auch irgendwie näher weit weg. Es sind relativ viele Theorien, da kann man Sachen überlegen und so weiter und so fort, das ist alles schön, aber, ähm, da, was ist das? Ist das ein Pferd gewesen? Ist das, ist das die See-Kuh 2.0? Oh, ein Glück, dass ich einmal Weed dabei habe. Dein Weed-Dealer 9000 ist am... Es wird dunkel. Ähm, meine liebe Kuh, ich habe ein Boot dabei. Jetzt sind wir mal ganz kurz nicht doof. Ich wollte jetzt sagen, wir gehen einfach durch die Scheiße durch, aber wir können auch einfach sagen, Kuh! Kuh, komm her, beeil dich, Kuh! Du bist eine Geschwindigkeits-Kuh. Warte, wir brauchen eine F5. Yes, yes, komm, geh ins Boot. Geh hier rein, bevor irgendwas spawnt. Bitte, sei eine gute Kuh. Ah, warte, 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 wie komme ich aus dem Boot raus? So, ah, jetzt ist es drin. Nein, jetzt habe ich! Es ist okay. Ähm, bevor irgendwas spawnt, schnell rein. Yeah, und wir hauen ab. Easy fucking peasy. So. Ist da oben Lava, oder habe ich da eine Fackel? Ah, da ist die Hürde, deswegen gucken Fackeln da raus. Okay, sehr schön. Das ist doch schon mal ein guter Start. Damit haben wir zwar unser Weizen verfüttert, was nicht ganz so schlau war, aber immerhin mag die Kuh uns jetzt. Wieso? Ah! 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 Ich habe eine Zeit und ich habe auch noch einen zweiten Schuss. Lass habe ich wieder Damage bekommen. Oh, come on! Dass ich durch das Boot durchschießen könnte, ist so Bullshit! Okay, Kuh, du bleibst im Boot, habe ich gehört. Ich muss ganz schnell schlafen gehen. Na, kommen ein paar demnächst ertrungene Zombies. Äh, wie komme ich noch schnell da ran? Ich glaube, da, wo mein anderes Boot schon steht, ist ein ziemlich guter Startpunkt. Ich finde es ganz gut, also dafür, dass bei der Structure, wo wir vorhin waren, nix spawnt. Es ist zunächst ziemlich geil, dass da... Anders. Es ist doof, dass da drin... Der... BÄR! BÄR! God fucking damn it! Das ist nicht fair, mein BÄR! So, wenn man rein will, sagt Bescheid, aber mich blocken ist nicht cool. Ähm. Habe ich gerade irgendwie Damage gehört oder was? Ah, das war das Eis, was gecrackt hat. Das macht es ja häufiger. Weil Crack ganz cool ist. So, ähm. Wir erwarten vor sich alles diesbohrt. Wobei, wir sollten sowieso Leute umbringen. Dann können wir auch rausgehen. Jetzt sind wir wieder... Jetzt sind wir wieder bereit, um so einen schönen Goldapfel zu essen. Darauf haben wir uns auch alle schon gefreut. Das Kuh, du wirst nachher geholt. Ähm. Du kannst doch ein bisschen schillen in dem Boot. Teil der Crew, Teil des Schiffs. Du kannst da bleiben. So. Ähm. Brauche ich Creeper? Eigentlich nur für 10. Da ist die Spinne, die ich brauche. Ähm. Aber auch ne... Da ist ne... Fuck! Äh, die Hexe hat mich gesehen. Alles klar. Fuck this shit. Also, das wäre aber auch High Reward, ne? Jetzt ne Bogen, ne? Hör mal, hör mal. Alter, ihr habt da aber auch drauf gewartet, ne? Das war Q de Bogen, Guys. So. Okay. Euch genau. Einfach dispawnen lassen. Wunderbar. Da sind meine Knochen. Und das sind auch noch verzauberte Pfeile. Ja, natürlich. Because fuck you file. That's why. Ich will mich nicht davon treffen lassen, um zu wissen, was das war. Wie komme ich jetzt an diese Hexe Ohne die Spinnen anzulocken Alter sind da viele Creeper Okay da gehen wir auf jeden Fall nicht hin Nicht dass sie noch hercreepen Kann ich weit genug Außen rum gehen Wenn ich die Hexe fäste bin ich tot Um eine Spinne herzuholen Okay erstmal holen wir uns Das da Hexe ist cool Creeper sind cool Spinne Hi Ich glaube so ist es ganz gut machbar Yes Spinne jetzt gefunden Okay haben wir schon Ich glaube wir hatten schon zwei Das heißt wir können uns theoretisch als einen Bogen bauen Okay easy 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 haben wir Ach diese scheiße Hexe Das wäre alles so Never fucking mind Nicht beschwerend einfach aufsammeln gehen Ich mag diese große Ebene Ich sollte nicht ganz so viele Fackeln hier platzieren Es ist actually 10 von 10 nice die Leute einfach sterben zu lassen Früher hatte ich zumindest das Gefühl Als ich noch Minecraft als absoluter Noob Aha nicht anders als heute Also noch viel früher gespielt habe Dass Sachen die von Sonne verbrennen sich nichts spawnen lassen Wir gehen kurz gucken ob ich mal einen Bogen machen kann Ist das ein Fischer Schade Kann wir uns Goldfische machen? Ey komm Es wäre eine wasted opportunity wenn es in Minecraft keine Goldfische geben würde Wobei heißen die auf Englisch Goldfische? Wahrscheinlich nicht Okay wir haben natürlich jetzt auch nichts dabei um mir irgendwie von A nach B zu schwimmen Da ist ein Händler Geht direkt bei der Hexe Der mich hartbaiten möchte Du bist böse Intrinsisch Ähm Wir sollten uns von hier aus auch noch einen Weg machen dass ich hier zurückkomme Falls da oben mal irgendwas ist was ich umbringen möchte und ich da nicht in Land gehen möchte Hallo Tintenfüchte Du siehst immer noch ziemlich aggressiv aus Ich meine wir könnten schwimmen Aber ich habe ein bisschen Angst dass gleich irgendein Ertrunkener wieder Sachen nach mir wirft weil Äh Nur weil ich ertrunken bin musst du jetzt auch ertrinken So ist die Regel unter Wasser Äh Äh Und ja die Ertrunkener sind alle so sassy vertraut mir Okay ich hätte theoretisch auch mit Absorption die Hexe versuchen können zu machen Aber Hexen sind glaube ich schon wirklich ziemlich hart Und da nehmen wir uns auch die wunderbaren Strings und die Sticks Und gönnen uns 10 von 10 genialotös ein Böckchen Böckchen nebens Bötchen Das macht doch Sinn New Receipt unlocked Bogen Okay wartet kurz schon ob hier irgendwas was mich noch ficken möchte anwesend ist Außer die coolen Händen die mich jetzt liebt Ähm Sieht nicht so aus Jetzt sag ich mich dass die Hexe despawned ist Die kann bestimmt auch Tränke fallen lassen Das heißt jetzt ist der Moment wo wir sagen 7 Pfeile Make it fucking out You have 7 shots 7 opportunities Das klingt jetzt eigentlich gar nicht mal so schwer Aber ich weiß wie viele Pfeile ich brauche um die zu töten Vielleicht verschwinde ich auch jetzt einfach mal alle meine Pfeile Because fuck it that's why Übrigens gelesen dass es Killerkanätchen gibt Und ich hab Ex Angst vor denen Ähm die sind weg Haha wir haben die Gefahr gebannt 10 von 10 easy Ich sollte den Schnee weg machen wenn ich hier drüber hopfen möchte Das war alles sehr gefährlich Egal Oh Rotten Flash Was bietet Warte warte ich geh mal ohne Äh Da hat er sein Gesicht Okay Er gibt mir weiße Tulpen Damit könnten wir doch mal probieren Ähm Oh Äh äh Heilende Schluckdinger zu machen Ich hab nur nicht gegoogelt wie es geht Blue Dye Fern Das liegt mir fern das zu holen Wines wären ganz cool für eine Abkürzung Aber ansonsten auch dämlich Oh können wir Wines nutzen Um damit äh diese Türme hochzuklettern Wo wir beim Enderdrachen Dinge kaputt machen müssen Ist Wasser nicht am sinnvollsten Dass du Wasser nimmst und hochschwimmst Und wenn der Enderdrache dich runterhaut Hast du Wasser wo du hin landen kannst Das ist eigentlich sinnvoll Äh Birch Sampling ist auch egal Und Eisblocks Ähm Ist es dein fucking Plan Am Nordpol Eis zu verkaufen Alter du bist ja 10 von 10 dämlich Einen dümmeren Händler hab ich noch nicht gefunden Da ist die White Tulp jetzt schon durchaus sinnvoller Naja gut Ähm Wir haben einen Bogen Das ist doch schon mal nice Fangen wir mit den guten Sachen an Du wirst ja was man diesen wunderbaren 5 Knochen machen können Ähm Eigentlich wäre das jetzt wesentlich besser Aber an weibliche Hunde verfüttern Und du kannst doch jetzt mal Du bist doch bestimmt fertig Yes Nice 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 Äh Platz im Inventar So wie jetzt auch für Anfänger Hab ich gelernt Gott das Spinnenauge erstmal Hier wir können das ja nur aufsammeln Ich glaube ich brauche das früher oder später Um Ähm Was war das Irgendwas muss ich da Äh Tränke Ich glaube für Tränke brauche ich das noch mit Ähm Das heißt dafür müssen wir auf jeden Fall nochmal wiederkommen Wir könnten natürlich auch Ja Wir könnten auch On the long run sinnvoll sein Und jetzt dieses ganze Äh Bones to Bone Meal machen Ich glaube 3 Snowboarder Und die kann ich durchaus leben Tut mir leid Snowboards Ähm Aber wir haben genügend Schnee hier Äh Spinnenaugen sind wahrscheinlich wichtiger Äh Erst Hund oder erst Erst in Gefahr Schauen wir mal kurz Hier so eine scheiß dunkle Höhle Also irgendwann müssen wir die erleuchten Zwangsweise Aber ich glaube der Tränke kann auch nicht spawnen Weil es irgendwie Wasser ist Okay Ich hab da hinten zwar ein bisschen Stein gesehen Aber als wenn da irgendwann mal Was gefährliches spawnen würde Also bitte Das wäre ja mein Luck Wenn in dem Moment da irgendwas passieren würde Was natürlich definitiv nicht passiert So auf jeden Fall ziemlich viel Putterschnee Wie es aussieht Ähm Kann in dem Biom irgendwas Sinnvolles spawnen Wahrscheinlich schon aus der Aussage Dass überall was Sinnvolles spawnen kann Aber die Frage ist Ob gerade da Ähm Irgendeine Struktur drin ist Die sonst nirgendwo gibt So Schnee Tempel oder sowas Oder Gut Polarbeeren Hab ich bei mir Pinguine Keine Ahnung Was ja am Nordpol voll Wie Sinn machen würde Ähm Oh wisst ihr eigentlich Ähm Ähm Arktis Kommt von irgendeiner Sprache Wo das Arke Bär heißt Und Antarktis Heißt einfach nur Keimbär Komm Der Effekt hat dich interessiert Yes Best Friends Forever HD GDL Wir sind Unzertrennlich So Äh Du mein Freund Dich schlage ich hier mit Zum Ritter Wuff Komm an meiner Seite Wir Gehen Boxen So wollte ich das So nicht anders Okay ich habe übrigens Einen wunderbaren Plan Wir werden alles Was irgendwie Dornen hat Einfach instantan töten So Übrigens Und du wirst Äh Äh Lady Wuff Gefällt dir der Name Okay Äh Lady Wolverine Bist du vielleicht ein Mann Da guckt er hin Also bist du Tammy Ach come on Lass mich doch jetzt Eine andere Teilreferenz machen Naja gut Äh Da haben wir mal einen bekommen Ist ja schon mal ein guter Anfang Och hier wäre noch einer gewesen Na okay gut Wir kommen hier auf jeden Fall wieder hin Ich finde es Also ja Vielleicht stirbt meine Armee von Wölfen Irgendwann einmal Diese Option Ist Ich sollte das nicht mit dem Schwert machen Durchaus gegeben Aber Ähm Dann sterbe ich nicht Einige von euch Mögen sterben Doch dies Ist ein Äh Äh Problem Ein Hindernis Dies ist eine Option Die ich gewillt bin Einzugehen So du hast leider Pech Wir haben schon eine Hühnerfarm Und wir brauchen Fleisch Für unseren Ritter Wuff Den Namen finde ich Dörpie und süß Zugleich Das ist in Ordnung Okay gut Pilze brauchen wir auf jeden Fall Auch noch mit Was mache ich jetzt hier eigentlich Ähm Im Großen und Ganzen Müsse ich ein Lederportal bauen Ne Wir haben jetzt einen Hund Und wir haben einen Bogen Das sind die zwei Sachen Die ich noch vorgeschoben habe Bevor wir extra wieder reingehen Ähm Das ist doch kacke Ja wir brauchen So viele Wurden Access Ich glaube ich Weil ich mich wieder heilen müsste Wir sind nicht voll Das wäre echt schon eine Option Wo ich sagen würde Okay gut Vielleicht sollten wir Als allererstes Wortwörtlich Ganz voll sein Essen ist übrigens auch Eine tolle Sache Die man sich so Irgendwann mal Im Laufe der Menschen Überlebt hat Überlegt hat Und ab und zu mal Durchziehen sollte Ähm Ach es ist noch ein Wolf Also wie viele es von denen hier gibt Ich will mich nicht beschweren Ich will eine Armee bauen Da brauche ich viele Rekruten Äh So rum Ähm Aber naja Okay Wie viele Bären wir auch haben Also okay Wait Ist das irgendwas besonderes Oder ist das Ich glaube es ist einfach nur da Gut 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 Das heißt Das ist eigentlich unser Plan Wie gesagt ein Lederportal zu bauen Vorher wären Melonen sinnvoll Weil ansonsten mir das Lederportal Nur halb so viel bringt Ich meine wir müssen sowieso Uns vorbereiten Wir müssen irgendwann Was bist du für ein Pilz Ähm Dieses Äh Blazerots mitfinden Und so weiter und so fort Das heißt Das wird normal Ich erschreck mich jedes Mal Wenn dieser scheiß Hund sich Vor mich teleportiert Da zuckt immer irgendwas bei mir Was bist du Das ist normal Das ist ein normaler Pilz Hier auch Alles normale Pilze Wunderbar Nehmen wir mit Super Pilze Das mal stehen Damit die vielleicht sogar nachwachsen Mir fehlen noch Fliegenpilze Und ja Auch so doof es klingt Die müssen damit rein